Es gibt was Neues, es heißt eine Grillboot-Challenge, die Bayern auch, wir haben uns umminiert. Was hilft, dann stürzt wir uns heute in die Fluten und hoffen, dass sie nicht mehr ins Verkehrt. Wir sind die Buhl, die Challenge haben wir gewungen, so ein Gaudi sind wir heute zusammen. Wir sind die Buhl, die Alten und die Jungen und in Zerjausen essen wir selber zusammen. Ja, wir bedanken uns bei den Bayerinnen für die Nominierung und reservieren ihnen natürlich gerne einen Platz bei unserem Frühjahrskonzert im Dreikli-Hangerberg. Was gehört zu einer Grillboot-Challenge dazu? Ein Buhl, ein Grill und eine Spende. Und jetzt fangen wir mit den ersten an mit dem Buhl. Das Wetter war ja jetzt nicht gar so schön und ich hoffe, dass unser Teich nicht zugefroren ist. Auf geht's am Buhl! Hey, hey, hey! Ja! Prost! Und dass die ganze Geschichte natürlich auch einen Sinn hat und weiterläuft, müssen wir jemanden nominieren und wir nominieren die Bundesmusikkapelle Anger. Prost! 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 Und der Griller läuft schon! Damit die ganze Geschichte natürlich auch einen Sinn hat, spenden wir dem Gesundheits- und Sozialsprängel Langerberg, Angert Maria Starr, 100 Euro an! Prost! Prost auf das! Prost! 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 Beide gehen! Kombinieren wir die Position! Achtung! Jetzt ist's, gell? Jetzt geht's! Wuhu! Wir нажieren! Wir beginnen! Wir werden jetzt welche auch zurück coronavirusiger? 것도 abschaltet USB nicht mehr, Vielen Dank.